Herzliches Grüß Gott, Florian Grippl aus Theaters im Bezirk Horn. Wir befinden uns heute auf meinem Betrieb, Rhein-Ackerbau-Betrieb und hinter mir seht ihr den autonomen Prototypen. Was ist der Grundgedanke vor diesem Projekt gewesen? Einerseits den Hauptverteil der Autonomie, sprich die Arbeitskraft einsparen und der zweite Punkt war das Ganze auf dem hinteren Grund älteren Traktor sehenden nachzurüsten. Der Traktor fährt also völlig autonom auf dem Feld. Die Technologie soll nach intensiven Test- und Probephasen für jedes Traktormodell verfügbar sein.